Hallo zusammen, willkommen zurück zu Evolve. Ich habe da mal was vorbereitet in der letzten Session und zwar habe ich diese, oh nein, diese Node-Stabilisatoren gebaut, damit ich die da mal suchen kann, damit ich die Stäbe aufladen. Und jetzt werden wir eins machen und zwar wir werden jetzt auch eine Node suchen, die hier mal draufsetzen, damit die Leute, die es noch nicht gesehen haben, sehen, wie es halt geht. So sieht es jetzt aus, ist erstmal super geil. Hier sind jetzt, ich glaube, zwölf von diesen Haltern, die haben wir quasi hochgesetzt auf so einen Carpenters-Block mit so einem Glowstone drin und hier drauf sind dann halt Nodes, die sich immer wieder aufladen von der Umgebung und dann die Macht an die Zauberstäbe abgeben. Mein Problem ist aber, Moment, hier, ihr seht, ich habe überall 150, außer bei diesem komischen Dreieck, da habe ich nur 31 und deswegen, wir müssen jetzt quasi eine Node finden, wo dieses Dreieck drauf ist, weil sonst lädt sich der Zauberstab zwar auf, aber nicht komplett und das wäre doof. Oh nein, hä? So und wir brauchen, hä? Lager. Da. Und wir brauchen zum einen Glas. Und ich muss ja irgendwas machen wegen diesen Essence-Berries. Ich glaube, ich brauche mal so unendliche Behälter. Die gibt es ja. Ähm, warte mal, was brauche ich? Glas und Wood. Eigentlich Slaps, davon habe ich zu wenig, davon habe ich nur sechs Stück, deswegen nehmen wir mal hier von welche. Das sollte reichen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur eine Node finden, wo Ordo drauf ist. Dazu gehen wir jetzt allerdings erstmal... Habe ich da gerade einen Namen gesehen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, wo finde ich die denn jetzt am besten? In der Farmwelt könnte man mal versuchen. Aber ich muss mal eben noch Ordo aufladen. Aber ich meine, beim Node-Up. Beim Node-Up. Aber man sieht auch, die leuchten auch in der Farbe von den Sachen, die da drauf sind. Okay, hier kann man es nicht erkennen, weil es in der Mitte sitzt. Aber prinzipiell... Schon nicht schlecht. Oh, das ist ja leer. Die nehmen wir nur. Frag mich, warum die leer ist. Hier hat doch sonst keiner einen Zauberstab. Oder war gerade jemand auf dem Server? Ach, guck mal, da haben wir alles. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir komplett voll. Komplett voll. Genau, überall 150. Das heißt, wir können theoretisch sogar zwei Nodes holen. Das machen wir mal eben in der Farmwelt. Wenn wir dann eine coole finden. Wie gesagt, primär brauchen wir jetzt das eine. Dieses Ordo, dieses Dreieck, was da ist. Ach genau, da haben wir ein paar Nodes markiert. Ich weiß gar nicht, wer dafür welche waren. Ah, hier ist eine. Da ist Feuer und Luft drauf. Damit kann man schon mal nix anfangen. Davon haben wir schon genug. Ich meine, klar, nachher werden wir eh ein paar haben, wo die doppelt sind. Ah, hier, guck mal. Da sind schon mal 27. Sogar so ein Kopf hier dran. Geil. So, dann packen wir mal einen ein. Eins, zwei, drei. Ich weiß, da gibt es eine einfache Methode, die Dinger zu sammeln, aber da müsste ich mich jetzt erst wieder in dem anderen Mod ein bisschen schlauer machen. Und so geht es ja jetzt auch. Ich meine, ich hänge nachher den Zauberstab in der Mitte, dann lädt er sich auf und dann ist gut. So. Ähm. Schingen. Geil. Lul. Ah, scheiße. Ich habe nur noch zwei Glas. Das war ein bisschen unüberlegt. Ich brauche mehr Glas. Aber egal, dann machen wir folgendes. Wir gehen jetzt mal zurück und machen uns mal ein paar Fokus-Dinger für den anderen Zauberstab, sodass ich Feuer habe und das andere auch. Das habe ich nämlich mal vorbereitet. So. Vom Prinzip her kann sich der Zauberstab jetzt, wenn man AFK ist und das Ding da einfach reinhängt, schon mal komplett aufladen. War das so schnell mit dem Jetpack, ne? Ich habe ja gesagt, ich habe ja noch ein Jetpack jetzt in dem Poweranzug. Und hier müssen natürlich noch Fenster rein und diese Ringe drumherum. Da muss hier nachher noch ein Deckel drauf. Note in a Jar. Die haben wir jetzt immer gegenüber angeordnet, also müsste der jetzt hier hin. So. Nein! Oh. Ich mache das mal so. Warte. Ich habe einmal den falschen Knopf gedrückt. Ich hatte mal den Zauberstab in der Hand und habe dann Rechtsklick, Shift-Rechtsklick gemacht. Ich mache mal ein Glas kaputt. Dann muss ich das nochmal einsammeln, weil die ja irgendwo in der Ecke stand. So. Und wenn man da jetzt so in der Mitte steckt, dann passiert folgendes und zwar das. Bin ich richtig geil, diesen Effekt, der hier gerade ist? Also der Zauberstab saugt sich jetzt von den ganzen Notes, die drumherum sind, wieder voll, ohne die kaputt zu machen. Los, saug! Genau, da macht er weiter. Wir gucken jetzt mal wegen dem anderen Kram. Ich glaube, den habe ich hier unten in die Truhe gelegt. Ah ja, hier habe ich ja noch einen Zauberstab, nur so einen kleinen. Kleinen ist gut, weil es 75. Vielleicht hängen wir den da auch einfach mal dran. So, die brauchen wir. So, diese Fokis oder wie die heißen. Keine Ahnung, wie die heißen. Warte mal. Und im letzten Part hat einer geschrieben, warum es manchmal so dunkel wird und dann auf einmal so ein, so ein, der Tod kommt und mich töten möchte. Das ist, weil ich halt verbotene Sachen hier drin erforscht habe und dadurch kommt das dann. Schon echt der Wahnsinn, was hier alles geht. Sag, warte mal, ich brauche den. Ja. Wand of Excavation. Grün. Grün. Emirate in der Mitte und grün. Emirate in der Mitte und nähter Quarz drumherum. Falsch. Dann so. Ja. Dann brauche ich mal den Zauberstab. Ja, wenn die Nodes so weit näher sind, dann saugt der nicht weiter, aber die Nodes regenerieren sich ja wieder und dann fängt er wieder an. So, Wand of Excavation. Und dann gibt es noch hier diesen anderen. Das ist dann, glaube ich, so. Jo. Das ist dann Frost. Und der andere war mit der Kartoffel. Und R-Shards. Dann haben wir Schock. Und das kommt jetzt alles in diesen Sack. Ich weiß gar nicht, warum der Sack so viele Plätze hat. Wenn ihr das wisst, schreibt es einfach mal rein. Warum hat der Sack so viele Plätze? So, ah ja, Zauberstab. Zauberstab. Wo ist er hin? Da. Vielleicht mache ich da echt. Vielleicht lade ich den vorbeigelaufen, den anderen auch mal damit auf. Weil dann habe ich halt den und dann nochmal den anderen. Gib noch dickere Zauberstäpe. Äh, Stäpe. Zauberzepter, besser gesagt. Die haben irgendwie Tausender drauf. Da hat der Not aber irgendwie, glaube ich, 40 Folgen gebraucht, um da mal hinzukommen. Und der kann das. Ja, wahrscheinlich brauche ich dann 120. Vorher, um da hinzukommen. So. Was haben wir denn? Wir haben einmal... Excavation. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das war grün machen. Warte mal, ich probiere da mal eben aus. Ach ne, abbauen. Lol. Das ist der Abbaustab. Okay. Na gut. Lohnt sich jetzt nicht so ganz. Gucken wir mal andere Dinge. Frost. Das ist ja ein geiler Effekt. Das ist ja mal cool. Was haben wir denn noch? Foki. Dann haben wir noch Schock. Blitze. Und dann haben wir noch Feuer, ne? Feuer. Ach ne, Feuer, Foki, haben wir noch gar nicht. Hä? Krass. Wusste ich ja gar nicht, dass man damit die zu Schweinemännern machen kann. Okay, cool. Lass sie einfach mal leben. Jetzt laufen hier so ein paar Schweinemänner durch die normale Welt. Jeder andere würde jetzt denken, what the fuck? Voller Fehler. Das war dann schon mal das. Genau, Glas brauchten wir noch, ne? Habe ich überhaupt Sand dabei? Sand? Haben wir denn noch Sand dabei? Weil das ist ja auf jeden Fall richtig geil. Ach, guck mal. 63. Oh, da ist auch noch was drin. Ein bisschen wenig, egal. Und ich glaube, nächstes Mal werden wir hier folgendes machen. Und zwar, warte. Da muss ich mal ganz kurz das Portable Hole rausholen. Und zwar das hier. Durch die Mobfarm habe ich jetzt genug von diesen Meatballs bekommen. Meatballs, super Meatball. Damit konnte ich die Precharger machen. Und die werden wir danach an den Reaktor anschließen. Und dann werden wir richtig viele Items wieder bekommen. Da fällt mir ein, ich könnte mal gucken, wo man das Kabel entlang legt. Hallo, sind die dicken? Nein, sind die kleinen. Scheiße. Oh, der war gut. So. Also am besten ist, ich nehme dann die... Ich nehme dann diese Kabel hier. Also die dickeren davon und lege die hier runter. Guck nur gerade, wo die enden. Ich glaube, die enden... Ja, genau, die enden genau hier. Oder ich mache eine extra Leitung runter und trenne das vorne von dem Akku. Sollte man vielleicht am Anfang mal machen. Jo, könnte man tun. Was hat lutscht da unten der Laser Drill alles aus? Der braucht nämlich richtig viel Strom. So. Oh, ne, Scheiße. Das geht ja auch immer zu der Kuhfarm, ne? Oh nein. Okay. Dann ist es, glaube ich, Latte. Dann können wir nachher verlegen. Aber ich würde ganz gerne noch eine Node einsammeln. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Glas. Wie viel brauche ich denn? 9, 3x9, 27, minus 1, 26 Glas. Oh. Ja, lol. Wenn ich Glück habe, könnte ich jetzt sogar noch zwei Nodes fangen. Okay, dann packen wir den Stab mal da drauf und den nehmen wir halt mit. Muss noch mal gucken. Ja, ich glaube, den lasse ich noch mal ganz kurz beim Node laden, damit ich auch zwei Dinger mitkriege. Aber ansonsten stellt man den Stab da drauf und wenn man wiederkommt, ist der voll. Das ist halt das Geile da dran. Jo. Und ich gucke mal, was sich noch so in dem Mod lohnt. Was man da noch bauen könnte. Ich meine, hier so die Effektdinger, die sind ja eigentlich nur zum Trollen, so dieses Frost und diesen Schock. Müssen wir ja immer mal ein Ted bei der Farm machen. Auf einmal sind da ganz viele Schweinemänner. So, gleich durch. Jetzt sind wir noch voll, oder? Ja, doch. Voll. Dann können wir zwei Nodes einsammeln. Jetzt aber echt, weil ich genug habe. Also, ich habe zweimal ganz viel Glas und nochmal. So, fliegen wir mal dahin. Alter, Jetpack, das ist sowas von schnell. Sowas von schnell. Hm. Da ist jetzt nicht Ordo drauf, aber die anderen Sachen relativ gut vertreten nehmen wir auch mit. Ich habe ja eh viel mehr Plätze drumherum. So schneller geht es nachher. Oh nein, nochmal verbauen darf ich mich jetzt nicht, glaube ich. Sonst kann ich nur noch eine Note mitnehmen. So. Ja, und am besten wäre jetzt noch eine Note mit Ordo drauf. Dann hätten wir es. Dann hätten wir richtig viele Ordo drauf. So. Tu mal. So, so sieht das gut aus. Jawoll. Ding. Hm. Warte, hier war noch eine. Ich glaube, die war scheiße, ne? Hm. Nicht so berauschend. Zum Glück wird jetzt dunkel, weil man kann die Dinger echt besser im Dunkeln sehen. Weil jetzt sieht man so gar nichts im, im, wie heißt das? Im Deep Dark könnte man auch noch suchen. Da gibt es sogar so eine Fackel, die man mit sich führt, damit man keinen Schaden in der Dunkelheit kriegt. Auch sehr geiles Item. Hey, hier ist ja gar nichts mehr. Was ist das? Ein Pfeil, okay? Oder ich sehe gerade nichts. Kann auch sein. Komm schon. Nur noch eine dicke Note. Hm, hm, hm. Note. Hallo. Wo ich glaube, ihr war noch gar nicht. Baut sich gerade alles auf. Sehr gut. Schweinemänner. Ah, da habe ich gar nicht mit. Ah, guck mal. Note. Oh, war mal eine fette Note. Hier bestimmt. Oh, ja. Hä? Oh nein, wo ist die Note? Hä? Ach, hier. Okay. Du kommst weg. Komm her. Da haben wir richtig coole Notes. Oh nein, drei ist schon verschwendet. Och, nee. No, warte mal. Ich glaube, ich muss den erst mal wegkloppen, weil mich das so was von aufregt. Komm mal her. Komm mal hier. Och, nee, jetzt hau da ab. Komm, der muss einmal, nee, ich dachte schon, der läuft jetzt einmal drunter her. Komm, noch kleiner Zombie. Aber egal, jetzt sind wir fast safe. Jetzt haben wir fast das Ding. Ein Glas noch über. Gut. Ich habe ihn nur einmal verbauen können. Zweimal. Dann hätte es nicht mehr gereicht. Oh nein, was fehlt denn? Alles 19. Muss doch gehen. Ach so, von der Seite. Lol. Nein. Oh, was ist die Note? Komm schon. Und. Weg hier. Muss ich nur mal gucken, welche Richtung. Genau, einmal drehen. Okay. Daher. Aber cool. Jetzt haben wir, ich glaube, in der Folge drei Notes gesammelt. Habe euch gezeigt, was man damit machen kann. Wo die hinkommen. Habe ein paar Fokus gebaut. Fokus. Und wenn jetzt gleich der Stab da wieder hängt an der Stelle, wo er hin soll, dann wird es wieder richtig gut. Dann haben wir zumindest. Müssen wir dann nicht mal rüber zur Notab und die Dinge aussaugen. Außer man will jetzt unbedingt quasi noch mehr zaubern. Aber wenn drumherum die ganzen Notes stehen, dann sollte das eigentlich relativ fix gehen. Und dann können wir vielleicht noch ein Pedestral machen für den kleinen Zauberstab. Hä? Wird's vorbeigedüst? Lol. Gut, aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten. Und ansonsten bis zum nächsten Part von Evolve. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.